Der Benni ist ein sehr höflicher Mitniveau. Der hat hier seine Karriere angefangen. Der Papa ist wieder da gesessen. Er hat ihn wieder mitgebracht, bis er sein eigenes Auto gehabt hat. Er hat seine Mocken gehabt, er ist einmal nicht gelaufen und er war halt wie der Bettenbauer, der ist auch nicht gelaufen. Oder der hat auch sein schwarzes Bett gehabt. Da kann 60 nicht vorbeigehen oder der Trainer an dem. Dass man mal schlechte Spieler hat oder dass man mal schlecht spielt. Ich koche auch manchmal schlecht vielleicht. Ich koche. Ich koche. Ich koche. Ich koche. Ich koche. Ich koche. Ich koche.